. 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 Der hat mich ja so dabei, der Handtasche. Hast du... Was machen wir denn jetzt? Wer kommt an die Lobby? Was machen wir jetzt? Entschuldigung, ein Gemüsekorb hast du jetzt gesagt. Was willst du mit dem Gemüsekorb? Gut, da rühre ich dir nicht. Können Sie sich das vorstellen? Mit dem Rühre wie Martin? Das musst du mir aber zeigen jetzt. Aber wenn es eine Droppoli ist... Schau mal, was hier drin ist, Moment. Du sollst noch die Ecke lassen. Die Tomaten sind auch wirklich schlecht. Das ist ein Monster-Rühre, oder? Du willst ja... Ich weiß nicht, aber du willst ja etwas Quaschen aus dem. Ich mache jetzt ein Instrument raus. Nein. Wollen Sie das sehen? Ja. Oh, schau mal, du. Schon bereit gemacht. Die typischen Musikbauer-Instrumente hat er schon dabei. Nämlich ein Messer. Und dann funktioniert das nicht aus dem Abend. Ja. Du, aber ernsthaft. Du, habt ihr jetzt das gesehen? Der Professionell ist nicht auf das Rühre. Ja. Wir brauchen das jetzt nicht. Nein, nein, nein. Gar nicht. Kommpies ehrlich. Wir sind unter uns. Ja. Wolltest du gerne? Wäre doch so eine Weihnachtsüberraschung für dich? Ich komme nicht an meine Frau, meine saturte. Ich verstehe. Das ist aber ein schönes Kompliment. Was machen wir jetzt anders, was du machst mit dem Bohrer? Vorsichtig, wegen der Hälfte. Da steht der SUVA-Vorschrift. Wo steht der SUVA-Kommissionär? Und die Sanität? Wo ist das Zelt? Das ist von der SUVA. Hartmann Heinz. Wer ist das? Ist das irgendwo? Also vorsichtig sein, gell? Ja, ja. Machst du das sehr professionell. Jetzt mal schauen. Sehen Sie das? Wir sagen dann mal Gemüse-Julienne oder so etwas. Das wäre eigentlich das Ziel von unserer Lorte. Da hängt man schon der Weg vor. Haben wir schon. Da könnte man natürlich auch... Wir können gerade etwas aus ihm. Wir können Rüblin-Torte daraus machen. Aber ich probiere das noch. Ich habe Frau St. Klampen, dass das wirklich ein Rüblin ist. Ja, ich sehe es. Ich liebe mich. Ich liebe mich. Es riecht gut. Es riecht nach einem... ...Argauer... Rüblin. Rüblin. Rüblin auch nicht. Saftiges Rüblin. Ja, aber es riecht. Ja, es riecht nach Feif. Ja, vielleicht die Rüblin kommt aus dem Trick da. Es riecht nach. Rüblin. Es riecht nach Rüblin. So gross. Rüblin. 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 Das 원�amere etwas stümen hat. Ich bin gespannt. Wir hätten es einigermassen klappt. Na, denn es ist wirklich nahm. Sie haben es metropolitan gesagt. Die Probe hat man jedes Mal gemacht und ich bin jedes Mal wirklich total überrascht gewesen. Und jetzt bin ich gespannt. Jetzt geht es ernst. Ja hoffentlich. Arganz diving auch Humana. Applaus Applaus Ganz ehrlich, ich bin ein bisschen Und jetzt haben wir endlich auch Michel gefunden Und da ist auch wieder sein Salzbund Da bin ich wirklich sehr, sehr froh